Adel Salah Mahmoud Ayd el-Tawil ist ein deutscher Musiker, Songwriter und Produzent, der durch seine Mitwirkung in den Bands The Boys und Ich plus Ich bekannt wurde, Biografie, Leben. Tawil wurde als erstes von drei Kindern nordafrikanischer Einwanderer geboren und wuchs in Berlin-Siemens-Stadt auf. Sein Vater ist Ägypter, seine Mutter Tunisierin. Tawil hat einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Er war seit dem 9. September 2011 mit der ehemaligen GZSZ-Schauspielerin Jasmin Weber verheiratet. Ende 2014 wurde die Trennung bekannt. Seit 2015 ist er mit seiner neuen Freundin Lena liiert. Adel Tawil besuchte das Freiherr vom Steingymnasium in Berlin. Nachdem er in der 9. Klasse bei einem Schulandheimausflug in Berchtesgaden das Nebengebäude mit einem Graffiti-Tag versah, flog er von der Schule und besuchte anschließend die Heinrich-Böll-Gesamtschule, die er 1996 nach der 12. Klasse verließ, Musik. Ende der 1990er Jahre war er als Cain-Mitglied der Boy-Group Other Boys. Seit 2004 bildet er zusammen mit Annette Humpe das Duo Ich plus Ich, welches 2005 DK-Sekunden-gleichnamige Album Ich plus Ich und 2007 DK-Sekunden-Album vom selben Stern herausbrachte. Weiterhin war Tawil als Solo-Künstler bisher auf Tobias Schenker's Single Niemand hat gesagt zu hören. Zusammen mit dem Rapper Asad nahm er 2007 den Song Prison Break Entend zur Serie Prison Break auf, der sofort nach Veröffentlichung die Spitzenposition der deutschen Musikcharts erreichte. Adel Tawil hat im Jahr 2007 insgesamt vier Chartplatzierungen in den Top 10 und seit 2005 fünf deutsche Top 10 Hits gesungen. Er wirkte weiterhin als Gastsänger auf dem Album Genuine Horizon von Chris Sippel für den Titel Leggen mit. Außerdem ist er im 2008 erschienenen Musikvideo von Tarek Fiet, Jakuza zur Single für das Volk zu sehen. Tarek war früher als T-Soul ebenfalls Mitglied der Boy-Group Other Boys. 2009 nahm er mit Kassandra Stehen den Song Start auf der mit 20 Wochen in den Top 20 der deutschen Single Charts. Davon vom 29. Juni bis zum 13. September in den Top 3. Am 30. Oktober 2009 erschien vor mich plus ich Album Gute Reise die Single Pflaster. Die gleich an die Spitze der deutschen Single Charts ging nahm er mit Sido das Lied der Himmel soll warten auf. 2013 landete er mit seiner ersten Solo-Single Lieder direkt auf Platz 2 der deutschen Single Charts. Am 1. November 2013 erschien die zweite Solo-Single Aschenflug mit den Gastmusikern Prinz Pi und Sido. Die dritte Single-Auskopplung Weinen folgte am 28. Februar 2014. Die vierte Single Zuhause, eine Kollaboration mit dem US-amerikanischen Reggae-Musiker Mattis Yahoo, wurde am 27. Juni 2014 veröffentlicht. Die bislang letzte Single des Debütalbums Gartenhaus erschien am 14. November 2014 zeitgleich mit seinem ersten Live-Album Lieder Live. Im Juli 2015 nahm er zusammen mit dem deutschen Repto-OSDP-Elite Ich will nur, dass du weißt neu auf. Die Single erschien am 27. Juli 2015. Am 14. August 2015 folgte die Single-Veröffentlichung von Unsere Lieder. Discografie Studio-Alben-Auszeichnungen Deutscher Musikautorenpreis 2011 in der Kategorie Komposition Pop Echo Pop 2010 in der Kategorie Produzententeam des Jahres National 2014 in der Kategorie Newcomer des Jahres An 있는데요 im Juli 2021 in der Kategorie Komposition Pop lus und 대�mbot